Also wenn du mal eins hättest. Dann würdest du dir ja meins kaufen. Kaufst dir nicht so viel Müll. Kaufst dir nicht so viel Müll. Ist ja mein Fahrrad. Fahrrad ist schon praktisch. Ich hab so'n Bock, ey. Da bin ich mega. Ja, hau rein. Aber ich hab so'n Bock, mit ihm zu spielen. Hier kann ich mich richtig ausprobieren. Hier kann man besser spielen. Wie dann hinten. Ja. Wie kann man da besser spielen? Aber das macht wirklich mehr Bock, wie Computer spielen. Ich bin ehrlich. Das hab' ich vorgeschlagen. Ja, das hab' ich wirklich vorgeschlagen. Ja, Rady, du bist ja Special-Vorschläger hier. Ist gut. Rady, ich mach' das gerne. Also ich finde Fußball auch gut, aber zwischen den... Ich hab' wohl tatsächlich, unglaublich. Christian, das find' ich ne Ecke besser. Ich hätt' ja auch ein Bein geben können damit. Aaaaah. Jaaaaah. Da kommt schon mal eine Frau. Die haben wir dann auch schön gehofft. Musst du dir ausschneiden. Hast du ein Video gestern noch geschnitten? Ja, ich hab's keinen Bock mehr. So, gestern schon Arbeitsplächer eingedreht. Nico, wird das gute Straß? Vom Beruf. Ja, warum nicht? Ich bin echt süß. Ich warte nur auf dein gerüchtiges Wort später. Wie war das denn mal? Gleich kommt das jemand. Ja, genau. Da war irgendwie... Da war irgendwie Flecker auf der Karte. Ah, come on! Come on, selber! Das hast du schön. Eine Sniper. Du kennst ja dieses Ding eigentlich. Wir spielen, ne? Schönen Lächeln in die Kamera. Hallo. Ach hier, ein Achtung. Für immer noch Freunde. Na ja, verkauf diese Bilder, ne? Das kannst du, oder? Das sind ja geiles Beispiele. Jaaa, cool. Jaaa, ja guckst du. Könntest du uns die Frauen fahren? Die Frauen fahren Sex? Ja. Ja, den hat ich. Ich bin sexy und I know it. Wäre aber mal ne Idee, dann hätte ich die Frauen verkauft. Ja, ich bin aber krass. Videos immer viel besser. Ja, ich auch. Ich find die geiler. Also diese Frauen, die das immer von nebenan, ne? Ich liebe das. Ich liebe das auch. Ich liebe das auch. Ich liebe das auch. Ah, come on. Ah, come on. Ich liebe das auch. Ich liebe das auch. Wie war das nochmal? Ach, ich liebe das. Ach, ich liebe das. Das ist ja sehr gut. Mach. Das hätte ich mir nochmal. Ja, das habe ich nicht. Nein. Das ist ja das Kindertuch ständig. Was? Das ist so alt aus. Du sagst was an die Lastenheit. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ey, mach auch nicht. Mach auch nicht. Hast du nicht. Man muss immer cool bleiben. Das ist die Sache. Das ist die Sache. Man muss immer cool bleiben. Ja, bleib cool. Egal wie einer spielt. Der will einen nur verrückt machen. Dann muss cool bleiben. Ey, und er meint ja deine Ecke ist. Also hier. Ecke zählt doch nicht, oder? Zählt immer. Muss er Entschuldigung sagen. Achso, ja stimmt ja. Entschuldigung sagen. Aber er hätte nicht Entschuldigung gesagt. Aber zählt ja das nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ey. Weiter weg. Auf. Nein, der war so schön gekommen. Der war aus. Der war aus. Weißt du gar nicht, ne? Ey, was soll ich denn? Er war aus. Weißt du gar nicht, ne? Nee. Ach komm, boah, Entschuldigung. Ach komm, boah, Entschuldigung. Entschuldigung. Der hat ja nicht früher. Der war aus. Der war aus. Der war aus. Der war ja krass. Entschuldigung. Perlummiert. Auf. Ich hab schon wieder. Angesehrt. Was war' das nicht schön. Was so ein Schläger wie die Ecke. Ecke. Siehste, da ist irgendwas auf dem Tisch geblieben. Jaja, hängen die auch nicht da. Ja, kommst du nicht ab und zu. Ach, schau mal was. Aber so unkorrekt ist er gar nicht, oder? Ja. Eigentlich besser wie Hassan. Ich meine, der hat zum Beispiel, der hat nie Drogenfax gemacht, aber auch nie so Fax gemacht. Da hab ich mich nie in eine Situation gebracht, wo ich so richtig Ärger bekomme. Zum Beispiel irgendwie Scheiß reingezogen oder sowas. Nicht so viel, was alles gut ist. Jetzt ist ja egal, aber er ist wenigstens so ein Mensch. Auf der Seite. Ey, wieso fusten? Ja, ja, schuldigung. Ja, ja. Na, und legt er wieder. Lang da. Ne? Ne, der war drauf. Jawohl. Ja. Aber ich werde besser. Ja. Ich hätte aber gerne das gleiche. Ha! Die hast du jetzt auch noch fragt, nicht? Wenn du jetzt nicht da bist, die würde ich nicht alles wählen. Ja, ich hab es hier. Schon nicht die ganze Nacht. Nee. Ne. Ne, Alter. Du hast mir heilen. Ey, man. Du wurdst aufgenommen, Bruder. So, guck mal, Alter, es geht vorbei, Kass. Come on! So. Was halte ich denn hier aus? Öl. Zu dir in Facebook. Eins. Das war ein Zug. Ja, Arthur, musstest du, äh, musstest du in die Terspiegeln? Ja. Aber wenn er... Lessi, wenn er Pelsen läuft. Ja, Lessi. Lessi kommt, put put put. Ja, Abzug. Lessi wird auf, äh... Wissen? Sie wollen nicht auf die Kamera. Das ist ein Schwachsatz. Hensi bleibt auf die Kamera. Hensi wird auf die Kamera. Hensi wird auf die Kamera. Also, die Beste, den Händen. Mit Moni. Kannst du wirklich, äh... Kannst du nicht spielen? Kannst du nicht spielen? Kannst du nicht spielen? Kannst du nicht spielen? Freizug und die Dich-Familie. Komm mal. Äh, Arthur. Kannst du ehrlich? Ich muss mal sehen, wie der spielt. Ich kann wieder nicht locker abziehen. Nein. Guck mal, wie hast du... Wie denn Stich? Scheiße, okay. Ich seh wieder aus. Okay, los geht's. Der Gregor spielt... Ich will dir nur einen Tipp geben. Der spielt nur mit einer Seite. Weil die eine Seite kaputt ist. Egal. Kannst du ja nicht so gut spielen. Wie gut kannst du denn spielen? Der labert nicht zu, dass ich von dir ist. Entschuldigung. Ich will nur wissen, ob ich schneller machen kann. Nee, ist okay. Fangen Sie. Wie du kannst. Der hat aber gute Schläge drauf. Der hat so tiefe Schläge drauf, der Arthur. Guck mal. Wer hat diese tiefe Schläge drauf andauert? Ja, ja, ist okay. Ey, guck mal, wie gut der ist, der Arthur. Okay, jetzt kommt's. Wieso diese Tiefen schlägt? Die mag ich gar nicht. Die macht der Gregor nicht. Er schießt das. Entschuldigung. Was geht? Jetzt bin ich eingespielt. Zwilling. Guck. Diese Billig. Du rickst da. Also guck mal. Der ist doch nicht so schlecht, als ich dachte. Der Gregor kann... Der Arthur kann nicht mit mir... Ich schmeichel. Weißt du? Und warum haben wir noch nie gespielt? Weil du mich nie gefragt hast. Ja, weil du auch nicht. Ich wusste nicht, dass du das kannst. Ich weiß nicht. Wer kann ja keine Tiefenbogen spielen, ja? Wer kann Tiefenbogen spielen? Wer kann Tiefenbogen spielen? Guck mal, der macht doch diesen Ballen. Diesen Eing... Diesen Eing... Welchen? Welchen? Der hat der angegriffen. Okay, du wirst nicht... Jetzt weißt du, dass der gut ist, ne? Jetzt willst du dich anstrengen, oder? Wie sieht diese Bälle? Oh, Entschuldigung. Mann! Wo war? War drauf. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja, man denkt immer. Jetzt reicht's. Aber dann... Nimm dir nicht zu viel vor. Nimm dir nicht zu viel vor, Herr Pfor. Herr Pfor. Nimm dir nicht zu viel vor, Herr Pfor. Nimm dir nicht zu viel vor, Herr Pfor. Er hat ihn ja angenommen. Nicht so? Er hat ihn ja angenommen. Dann ist er schon für dich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass der Atom nicht schlecht ist. Oh geil, wenn man so eine eigene Halle hätte. Und unser eigen Tisch ins Blatt. Ich bin ja an Traum. Ich bin ja anziehen. Ich bin ja anziehen. Ich bin ja anziehen. Du siehst echt aus wie einer Kameramann. Ja. Du siehst aus wie einer Kameramann, so ein Fußballerter. Der da oben steht neben seiner Kamera. Das sieht wie ein Profi-Fürsteller-Spieler aus. Ey, was denn? Hat sich im Stegger entzogen. Ah, Harry, du musst lernen, Harry. Wenn der Ball zu nah kommt, musst du weit von weg, damit er nicht weg von der Platte geht. Wie lange die Karte aufnehmen, Rego? Nach 17 Minuten hat sie. Und danach nix mehr? Doch, dann noch mal wieder. Es geht immer in halben Stunden statt. Wie viel, 11, 21? 21. Wer zählt? Der Verlierer, der gibt ab. Was kriegt du? Also wie viel? Es ist 1,20. Fällst du mich? 1,20. 1,20. Um die Angabe war jetzt. Jetzt fang wirklich an. Ja, das ist auch was an der Fall. Ja, war alles auf. Jetzt fängt es an. Ja, okay, 0,0. Jetzt kann er wohl immer besser spielen, ne? 1,0. Ich hätte echt nicht gedacht, dass er das so gut ist. Ja. Aber er will es jetzt wissen. Jetzt muss ich mit dem Profi spielen. Lass mich nicht verpassen. Du hast schon die Profi halten. Aber wie jetzt war. 2,0. Ja, große Aufgabe. Bis 5. Passt du, Aufgabe. 2,0 für dich. 3,1. 3,1. 3,1. 3,1. Ja, 3. 4. 2,1. 3,1. Noch einmal. Dann bin ich dran. Ja, schau. Was? Ne, aber es ist nichts. Ich zähle es gut für dich. Nein, gar keinen am besten. 3,2. Nein. Na, aber es ist kein Ding. Ich hab auch Stock jetzt. 3,1. Oder 3,2. Ja, 3,2. 4,3. Ja. Oh, scheiß Schläger. 4,3. 5,3. 3. 5,4. Ah, ich hab noch. Ich hab meinen Aufschlag. Ich hab meinen Aufschlag. 1,2. Aber wenn ich den Jack hier nicht weiß, ist egal wie Aufschlag. Ist das egal, einfach egal. 5,5. Ist egal wie Aufschlag macht, Arthur. 1,2. Ist egal wie Aufschlag macht, Arthur. 5,5. 6,5. Ja. Ja. 5,5. Das gibt's doch nicht. 6,6. 7,7. Das ist die gleiche Jacke. Komm, komm, komm. Pass. Oh, nein. Wenn jetzt einer eine niedere Jacke hat, ist es die selbe Jacke wie du hast. Oh, Mann. 7,7. Das ist gleich irgendwie gut. Ja. Meine ist ja ganz blöd wie seine. 7,7. Boah, das war steil. 8,7 für mich. 8,7. Egal, 8,7 für mich. Na, hör mal, du mal bei dir hier. 8,7. Okay. Pass. 8,8. Nee, du hast meinen Gigi. Ich hab 9,7. Für mich 9. Ja. 10,7. 12,8. 12,8. 12,8. 12,8. 12,8. 12,8. 13,8. 13,8. 13,8. 13,8. 13,8. Wow! Daniel Hat das hingehalten Wie viel steht? 14,8 14,8 Schade 14,9 Lecko mio 15 Entschuldigung 15,9 16,9 Ich hab mich getroffen 16,9 16,9 16,9 17,10 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,10 18,10 18,10 17 Jetzt 18 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 19,10 19,10 18,10 18,10 19,10 19,10 18,19 20,10 18,10 19,10 Du brauchst wie ein Arzt, das ist die ganze Zeit weiter. Soll ich den Punkt hin? Das war... Das war jetzt diese Angabe oder so. Soll ich jetzt auch um eine Punkte spülen? Ja. Okay, dann gibt er hier den Geschwister. Ich will unbedingt den B-Watt spülen. Bitte, ich guck mal. Wenn du bald die Schnappe halten würdest, dann würde ich gleich gewinnen. Boah, das ist leider nicht schnell. Warum bist du noch nicht da? Ja, der ist doch eh schon geworden. Warum sollst du ihnen sagen, du bist ja die? Der ist doch eh schon geworden. Wer sollst du sagen, süßer Boy oder was? Ja. 1-1. Warum kann ich denn Redo trotzdem probieren? Weil du, keine Ahnung. 2-1, 2-1, ey. Das ist ja für das Spiel, sorry. 3-1. Und das schmeckt auch. 3-2. 3-2. 3-2. 2-2. 3-2. 3-2. 3-2. 4-3. Warum ist das zu viel, Bitch? 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. Hör auf! 8-6. 8-6. 8-6. 8-6, ne? 8-6, ne? Ja. 9-6. Boah, schieb die Schade. Du hast dich entschuldigung gesagt. Du hast dich entschuldigung gesagt. Entschuldigung. Ja, ist so spät. Was soll der Scheiße? Keine Ahnung. Bitch. Ja, meine gehen natürlich nicht. Aber die machen jetzt richtig, weil sie wollen hier mit ihm sein. Die machen jetzt richtig, weil sie wollen hier mit ihm sein. Die machen jetzt richtig. Wie ist das? Wie wollen die Schrauben? Nein, das ist untraubend. Verstanden? Das war noch so schön. Hast du eigentlich jetzt noch mit den Augenbrauen? Nein, beide. Ja. Was hast du denn immer? 7 Uhr. Nichts? Nichts, was dich so ist. Ah, der war drin. Hey! Oh! Warte! 10,9 für mich. Ey! 10,9 für mich. Was war denn da für sich? Der Stein. Der war aber nicht auf der Kante. Mach den Stein weg. 11,9. Das zählt doch nicht. Dann mach den Stein weg. Mach mal so. Dann mach den Stein weg. Oh, Fynn. Oh, Fynn. Mach mal an. Der ist das nicht verraten. Der ist leicht mit mir. Ja. Ich muss doch wieder mit dir spielen. Scheiße. Was hast du hier? Ich hab noch nicht verloren. Was ist das denn? Da! Was soll der Scheiße, Alter? Kusten musst du, wie kusten? Ich hab immer gesagt, das geht. 1,5 mal her. Ah, hab mir Seurer! Seurer! 13,10. Entschuldigung, aber Pür. Für dich. War ne schöne Zeit, ne? Der sollte den Opas lassen. In die Fressefahrt. In die Fressefahrt. In die Fressefahrt. Boah, die Fähre müsste mal über die Fresse fliegen, Alter. Guck mal, als ob die, wenn ich uns genug seit, die Töne, Alter. Nicht mal bei uns so tief, Alter. Das fängt so an. 3,12. Ja, okay. Immer die Fresse fliegen, Alter. Echt, das ist nicht normal, Alter. 1,5 mal her. Du, du. Gibt's kein Containio? Containio, please. 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 13,30 Tage. Hey, 13,30. Weil irgendwann geh ich in den Büsch rein und fress alle Tiere. Geh ich zu den Tieren, komm mir immer drüber. Ich bin jetzt noch warm, oder? Ey! Ich bin jetzt noch warm. Na, Mann, ey! Du kannst dich nicht mehr auf dem Balkon zentrieren, ey! Wie sie steht? Du bist mit 14. Ja, ja. Wie sie steht, mit 14. 14. Der geht jetzt an mich der Punkt, hallo. Wie sie steht, so ist. 14? 15, 14. Klarig. Und wieder an den Punkt mit. Ich spiele da nicht an den. Was war das? Die Jacke ist in dir. 16, 14. Für mich? Ja, ich habe es. Hast du gedacht? Nein! 14, 14. Wolltest du zufrieden? Wolltest du zufrieden? Ich zeig dir nicht zufrieden. Ja. Darf ich dir holen? 15. Es ist vorbei mit dir. Du wirst du eliminiert. Elimination. Entschuldigung, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Zweimal sogar. Damit auch dein Gehirn kapiert. Lustig, lustig. Kalalalala. Bald ist der Likolaus bei dir. Ja, ich habe es dir vorhin auch gemacht. Ja, ich habe es versucht. Ja. Das war noch. Hast du berührt? Ja. Doch, hast du. Ja, okay, dann 19, 16. Ja. Für mich? Startedν eingebaut? Ja, jetzt ist er. Ja, jetzt ist er. Sieken ist compet longtime. Genau.